Ähäaäähäääau Ähäää null Ähäääu Hustla很好 Genau wenn ihr jetzt in den Strophen schon ein bisschen mitsummen, was auch immer machen wollt, Nur zu, gibt keine Regeln. Das ist ja Musik. Was ich für meinen Unterricht oder meine Unterrichte mitnehme, sind die kreativen Ideen, die manchmal ein bisschen verrückt sind. Aber ich werde, glaube ich, einiges ausprobieren. Und man probiert Dinge aus, die man vielleicht in einem Buch lesen würde und vielleicht beiseite legt, weil sie zu kompliziert aussehen. Und wenn man aber das Gefühl dafür entwickelt und das mit einmal selbst merkt, das ist schon eine tolle Sache. Wir machen ganz viel Musik dazwischen. Musik zwischen den Kursen noch einfach zum Entspannen, zum Spaß haben. Musik Würdest du wiederkommen? Auf jeden Fall. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020